Ich denke, ich bin soweit. Ich beherrsche die Grundlagen der Alchemie. So? Hast du also ordentlich geübt und die Pflanzenkunde ausgiebig studiert? Ja, ich kann sogar schon einen besonderen Trank brauen. Der dir sicherlich oft von Nutzen sein wird. Meine Zustimmung ist dir nun sicher. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Wir wagen bei einem anderen Meister an. Sollt ihr mein Land betreten? Denn es ist heilig. Und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier führten Krieg auf dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter schlag mit ihm. Und der Mensch erschlug das Tier. Bospa sagte. Ja, hab. Ich hab ihm gesagt. Naja. Kannst du mir sonst noch retten? Ha. So ein Typ ist die Diebe. Was ist denn mit zusammen? Verstehst du denn was? Ich meine, weißt du. Ja. Na gut. Ist ein fairer. Inos. Die Menschen, die göttliche Macht zu nehmen. Gibt mir natürlich. Boncani. Das hab ich noch gar nicht gewusst. Irgendwann muss das hier so kommen. Glaubst du wirklich daran? Und glaubt ihr eigentlich, dass das alles ist? Das hab ich noch gar nicht gewusst. Das weiß doch inzwischen jeder. Wirklich? Das ist ja... Ich bin hart in diesen Tag. Ach, erzähl mir nicht sowas. Erzähl mir. Es ist zum einen selbst sie wagen sie. Weißt du etwa? Ja. In der ganzen alles was dafür da. Wo bekommst du? Harad der Schm. Jetzt put. Er arbeitet alles was ich. Wer muss die Arbeit ja machen. Was weißt du über das Versch. Ich habe schon einige sind. Aber neulich da war so ein Kerl. Er wüsste seitdem. Ich hab das. Lord André. Was weißt du über. Was ich von ihnen war. Und ich bin nicht da. Die Milit. Der erzähl ich gar nicht. Weißt du wer von der Milit? Der Kerl heißt. Weißt du wo ich pa. Er patrouilliert. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wo bist du? In der Nähe von Ast. Wann kommst du noch ein? Ich werd. Was? Wie viel ist dir dieser? Das ist eine Gefäße. Naja, mir soll's. Zeig mir deine Ware. Wer sagt denn sowas? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ach, erzähl mir nicht sowas. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das darfst du keinem erzählen. Er sollte lieber den Mund halten. Der erzähl ich gar nichts mehr. Das hab ich schon immer gesagt. Schlimme Zeiten sind das. Ehen aus zum... Aber ich war... Moment mal. Ha. Das ist ja interessant. Du bist bestimmt... Beweisen treibt sich schon die... Und jeden Abend... Hab nur mal einen... Worum soll ich mich denn... Ich könnte... So. Das darfst du keinem... Ich suche Hinweise auf die Diebesgilde. Kann schon... Pass auf... Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen... Wie viel Gold? 50. Wer sagt denn sowas? Ich werd mal sie... Sei vorsichtig in letzter Zeit. Also lass dir was ein... Werd ich. Das hab ich schon immer gesagt. Zeig mir deine Wahl. Ich habe was anderes gehört. Das ist mal wieder... Da erzähl ich gar nichts mehr. Will auf das Gesch... Als die Perl. Aber sie lass... Dazu kommen. Da ist es nur... Das hab ich schon... Was ist das Problem? Sie weigern sie... Jetzt da kein... Und ohne... Aber die Söld... Sie kommen... Als ich an Arkt... Ich habe was anderes... Wofür... Wenn du aus dem... Die führt hoch... Aber da würde ich... Das darfst du keinem... Zeig mir da... Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Das habe ich schon immer gesagt. Er redet einfach zu viel. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Hey. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Jora meinte du... Verdammt. Das habe ich schon... Warte mal. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast am helllichten Tag... Also abgesehen davon... Wenn ich es nicht mit eigenen Augen... Du gibst mir jetzt Jora... Hier hast du die... Er erzielt alles weiter. Ich sollte dich... Was willst du denn? Der erzähl ich gar nichts mehr. Warum sollte ich das tun? In der Stadt ist es immer gut... Die richtigen Leute zu kennen. Ich könnte ein... Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Das weiß doch inzwischen jeder. Mein Mann sieht das anders. Enos. Und es wird noch viel schlimmer. Das ist ja schrecklich. Mein Mann sieht das anders. Hey, du... Was willst? Ich will... Aber sie hat... Und welche... Ich gebe... Dann... Sie landet... Du hast zwar... Was würde... Wenn ich den... Okay... Du bist ein... Wie soll ich hier den... Lass dir an... Und denk... Ich muss... Von mir... Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Der Händler Kanta will Sarah aus dem Weg räumen. Sarah? Ich sollte... Aha. Ich glaube da nicht dran. Wer sagt denn so? Ah, da bist du ja wieder. Kanta wollte dich reinlegen und sich deinen Stand unter den Nagel reißen. Aber ich habe ihn der Stadtwache übergeben. Da hast du dich mit einem gefährlichen Mann angelegt. Nimm diese Waffe als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hast du als Waffenhändlerin auch Rüstungen zu verkaufen? Gut, dass du fragst. Ich habe einige schöne Rüstungen ersteigert und biete sie nun zum Verkauf an. Kann ich sie mal? Klar. Ich war vor... Anschließend... Sie sind... Na. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich möchte sp... Alles weiter. Ich segne. Wer sagt denn sowas? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Der erzähle ich gar nichts mehr. Hi. Sei gegrüßt. Und was tu ich aber? In diesem... Und wie gefällt? Ich kann mich ja und wenn dann alles sehen. Was verkaufst du? Du kannst. Zeig mir was du. Such dir was auf. Das ist ja schrecklich. Das ist kein Geheimnis. Das ist ja schrecklich. Ich habe so einiges gehört. Er redet einfach zu viel. Erzähl mir nicht. Ich kenne sowas. In seiner Weisheit. Zeit. Ich habe da meine eigene... Ich glaube da nicht dran. Man darf halt nicht alles glauben. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Wegen der... Ja? Wie sieht's aus? Er redet einfach zu viel. Er ist mir ein Korn. Und was ist mit meinem Gold? Mein Mann sieht das anders. Hier hast du deine... In Noss, sei gegrüßt. Ich habe es selbst erlebt. Ich will ein Teil des... Wenn du Gold willst, ich muss mich jetzt wieder... Ich hab was anderes gehört. Was weißt du über die Diebesgilde? Gut. Pass auf. In der Hafenkneipe hängen auf zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Aber sei vorsichtig. Und es wird noch viel schlimmer. Alrik sagt, du hättest sein Schwert. Du meinst dem abgerissenen Typen, der... Genau den. Das Schwert habe ich noch. Wie viel willst du dafür haben? Nun, für... Ach, was soll's. Er redet einfach zu viel. Das ist ja schrecklich. Ich könnte für so etwas nie erlauben. Er erzählt alles weiter. Meine Meinung will ja keiner hören. Ach, erzähl mir nicht. Das kann ja nicht gehen. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Kein Licht und keine Dunkelheit. Wie steht's um mein Adja? Nicht so gut. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Das hat er wirklich nicht verdient. Von mir erfährt keiner was. Ich will bei dir als Lehr... Gut. Harald hält dich. Torben hat dir seinen See. Konstantino sagt, du musst ihn sehr beeindruckt haben. Das gefällt mir. Und Matteo sagt, damit hast du die Zustimmung aller Meister. Du kannst jederzeit bei mir anfangen. Du wirst es ja besser wissen. Ich bin dabei. Du wirst es nicht bereuen. Ach ja. Und diesen Bogen. Dann kannst du hier nichts dran machen. Was sind meine Auf... Ganz einfach. Ich zahle dir dafür. Ansonsten brauche ich... Und wo soll ich schlafen? Ich habe hier keinen Platz für die... Wird sich das jemals ändern? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Davon lasse ich lieber die Finger. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das hat er wirklich nicht verliebt. Ich habe Valentino getroffen. Hier, diesen... Du kannst ihn eigentlich keiner auf mich. Meinst du, mir geht es besser? Ich habe da meine eigene Meinung. Ich habe da meine Meinung.